Folge Nummer 26 von City Skylines. Ja, x-ter Versuch. Irgendwie wollte hier der Traffic Manager President Edition nicht so richtig laufen und ich musste den installieren, neu installieren und dann gucken, dass es irgendwann irgendwie ging und dann hat es irgendwann auch geklappt. So, jetzt sind wir hier wieder bei unserer Superkreuzung, die einen riesen Stau hier verursacht und ich habe dann überlegt und das mal getestet auch bei irgendeinem Fehlstart, weil zuerst habe ich das ja gemacht und dann habe ich irgendwann gesehen, oh, der Traffic Manager läuft nicht und da habe ich dann schon diese Kreuzung umgebaut gehabt und habe hier einbahnstraßentechnisch was gemacht. So, jetzt ist die Frage, wir müssten den hier noch da, aber ich glaube wir machen hier, hier und da. So, dann hat er dieses Dingens müssen wir verschieben, sag schon, dieses Windrad, weil das im Weg ist. Das können wir aber hier ganz schön hin machen. Gibt es da ein bisschen mehr irgendwo? Ne, 7 Megawatt, aber das ist schon okay, so ich weiß gar nicht, wie wir sie insgesamt können. Ich glaube 8, oder? So, dann haben wir das schon weg. Hier oben haben wir noch eine Polizeistation, die muss da auch weg. Können wir die denn hier unten jetzt hinschieben? Ja. Zack, dann sitzt die da auch ganz gut. So, dann geht es weiter mit der Straße. Dahin und die dahin und die, warte, erst so, dann so. Die mag nicht so ganz, wie ich mag, aber wir kriegen das dann schon hin. So, dann haben wir das auch. Jetzt können wir die inneren abreißen. Die kommt weg. Und die kommt weg. Die kommt weg und die kommt weg. Alle drehen um und fahren irgendwo anders lang. Ja, mit der Neuinstallation des Mods habe ich dann auch ein paar Einstellungen da gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die früher auch schon gemacht habe oder nicht, aber ich habe dann da mal reingeguckt. So, jetzt können wir hier natürlich die Verbindungen machen erstmal. Mal rein. Also die innere Spur fährt immer nach da. Und die äußere Spur darf eigentlich nur abbiegen, wäre es am besten, oder? Das wäre eigentlich am coolsten, ne? Und die haben wir jetzt das Problem. Hier haben wir jetzt eine sechsspurige. Das ist jetzt unser Problem, ne? Aber irgendwie funktionierte das ja sowieso nicht, ne? Äh, dreispurig. Also sechsspurig ist schon richtig, aber dreispurig. Dann hier. Aber da können sie ja von alleine wechseln. Ah, doch, war schon richtig. Die dürfen da, da und da abbiegen. Die dürfen da weiterfahren. Und die dürfen da drauf fahren. Und, komm schon, die dürfen da drauf fahren. Hier haben wir das nächste dann. Die dürfen nur abbiegen. Die dürfen nur drauf fahren. Und die fahren nur geradeaus. Sehr schön. Und jetzt nochmal einmal hier das Ganze. Die biegen ab. Die fahren da nur geradeaus. Und die biegen da ab. Und die biegen da ab. So. Dann sind wir fertig. Und dann müssen wir uns das Ganze angucken. So, das kann erst aus. Unsere Standardansicht ist diese. Verkehr aufrufen. Und Brücke ist auf jeden Fall frei. Hier sieht es auch gut aus. Da sah es sowieso gut aus. Und hier staut es sich noch zurück. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass sich das ergibt. Wie die da so fahren. Ja, im Dingens wird es ein bisschen schwierig hier. Warte mal hier. Staut es sich ja sehr stark zurück. Das heißt, wir machen hier noch eine Änderung rein, weil da kann man zwei Spurig auch abbiegen. Das ist dann auch gut. So. Das heißt, dieser ist es. Der und der muss weg. Und der darf auch da abbiegen. Ja, so ist es am besten. Dann geht da vielleicht mehr. Die Frage, ob es dann so sich entspannt. Natürlich fahren die jetzt alle nach links, um dann rechts abzubiegen. Oder wie sehe ich das? Hier machen wir das auch so. Da stört das auch keinen, wenn wir das so veranstalten, wie wir das haben. Oder mache ich den Verkehrsfluss besser auf dem Ring? Das ist jetzt eine Frage, ne? Also hier steht es ja jetzt im Ring. Das, was wir da gemacht haben, ist jetzt nicht so der Hit. Also hier ist definitiv was zu ändern. Das macht weg. Das macht an. Das macht an. Diese Kreuzung nehmen wir. Und der darf auch gerade ausfahren. Zweispurig. Und wie sieht es hier aus? Die biegen wieder nur einspurig ab. Deswegen läuft es hier nicht. Okay. Und da müssen wir nochmal genau überlegen, das ist jetzt nicht so präkelnd. Wo wird das jetzt das Hauptproblem liegen? Also die wollen ja hier alle geradeaus wohl. Fahren leider rechts nicht rechts rum. Also ich habe irgendwas noch an, oder? Hier nochmal. Ja, mal gucken, ob das so geht. Jetzt fahren da auf jeden Fall erstmal hier wieder welche. Ja, ist gerade im Kreisverkehr ein bisschen Stress, ne? Nee, der Kreisverkehr ist gerade mau. Hier ist es schon wieder so schäbig. Die können auch gerade ausfahren. Und hier muss es genauso sein. Ich glaube, sonst fluppt das nicht. Im Kreisverkehr muss zweispurig gerade ausgefahren werden können. Hier würde ich es mal abwarten, weil hier viel rechts gefahren wird. Also der ist schlau, der überholt jetzt rechts, oder wie sehe ich das? Jo. Der fährt ganz außen rum, ganz geschickt, alle rechts überholt und fährt dann herum an sein Ziel. Richtig geil, oder? Wo sind die Doven? Hier wahrscheinlich, ne? Ja, funktioniert hier auch dann nicht. Zack, geradeaus. Muss da auch gehen, weil der jetzt hier den Elker, wir haben wir eben gesehen, der blockierte alles, ne? Hier ist irgendwas fehl am Laufen. Also hier funktioniert es. Hier können wir aber auch den hier noch machen, dass der auch nach da abwägen darf, weil das funktioniert sonst auch nicht. Wir haben das hier. Hier ist es allerdings so, dass wir zweispurig das gemacht haben. Das passt dann schon. Allerdings sind die hier zu doof zum Spurwechsel, ne? Ja, das ist jetzt das Manko an der ganzen Geschichte. Sind die hier irgendwelche Ampeln, oder was? Ne, da unten war es. Ne. Na, die sind nicht. Wäre jetzt die Frage, ob eine Ampel Sinn machen würde. Eigentlich nicht. Warum sind die im Kreisverkehr jetzt am Stehen? Das staut sich dann meilenweit nach hinten. Hier müssen wir wieder umbauen auf eine Zweispur. Hier kannst du mir erzählen, was du willst. Also vierspurig, nicht sechsspurig. Das müssen wir ändern. Das ist... Äh, dieser. Dieses Symbol und das Symbol. Ja, und das so. So, hier nochmal rein. Ne. Und... Die da. Und die auch da. So. Kann sein, dass jetzt läuft. Es dreht sich auf jeden Fall was. Ja, ist jetzt nicht verkehrt am Laufen. Glaube ich. Es ist immer noch ein großer Knotenpunkt. Das muss man einfach sagen, ne. Jetzt ist die Frage, ob es Sinn macht irgendwie. Ne, ne, oder? Also wir kommen blöderweise hier auch nicht raus mit jetzt eine Brücke bauen und dann so rüber da. Das wäre natürlich das Ideale, ne. Wir könnten allerdings probieren. Äh, mit so einer Autobahnauffahrt das zu machen, oder? Ich würde das mal so probieren wollen. Und dann wieder da oben. Den hier machen. Ah, wo ist er? Da. Und der. So. Und hier. Das Ganze so. Könnte sein, dass es besser ist. Hier fließt es jetzt auf jeden Fall flüssiger weiter, weil diese hier alle schon direkt da rumfahren. Dieser Kreuzungsbereich wird dann nicht mehr benötigt. Die haben da mehr Ruhe, weil hier nicht so viele kommen. Es könnte sein, dass sich das entspannt hat dadurch, oder? Jetzt fahren immer wieder welche hier links ab, ne? Jetzt ist noch die Frage. Habe ich es an? Ja. Ah, der rote geht auch darüber. Dann passt das ja schon. Das ist alles soweit gut, denke ich. Jetzt nochmal hier unser Stau verhalten. Hier rechts ist es jetzt weniger rot. Hier oben ist gut. Hier unten ist gut. Und hier entspannt es sich auch. Wie sieht es nach hinten aus? Ah, hier sind sie auch schon alle weg. Sieht so aus, als ob sich das sehr gut entspannt. Die geradeaus. Und da lang. Und die da lang. Die nur da lang. Und die auch nur da lang. Ja, und diese hier. Nur da lang. Und da lang, oder? Vielleicht entspannt es sich da auch noch ein bisschen durch. Sieht auf jeden Fall so gut aus. Hier haben wir eigentlich passend. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Warum die jetzt hier so lange warten? Weiß ich nicht. Gibt es hier eine Ampel? Glauben nicht, oder? Ah, das ist wieder falsch. Ah, doch. Hier gibt es eine Ampel. Der macht die Ampel mal geradeaus. Ich muss das Tool hier ausmachen. Dann geht das mit der Ampel auch so das aus. Das an. Kreuzung. Und dann die Ampel da weg. Ich glaube, dann läuft es besser, oder? Gleich sind die da oben nämlich weg. Und dann fahren die da auch. So, lassen wir gerade hier nochmal dieses andere Tool jetzt anmachen. Und jetzt, ah, obwohl, die beiden dürfen da schon so fahren. Okay, jetzt kommen wieder welche von oben. Das ist ja auch eine Ampel. Ja, hier gibt es auch eine Ampel. Die mache ich auch wieder aus. Ich glaube nicht, dass diese Ampeln uns hier vom Vorteil momentan sind. Also die kommen ja ganz klar von der Bahn hier. Ah, also Bahn ist es nicht. Hier ist einfach nur eine Kreuzung, ne? Gibt es da mit einer Ampel aus? Keiner. Hm, das ist ein bisschen doof jetzt hier gelaufen, ne? Die könnten vielzügiger fahren, tun sie aber nicht. Irgendwie reilen die das nicht so ganz. Hier kommt doch gar keiner. Die können hier vielzügiger fahren, tun sie gar nicht. Das gefällt mir hier auch nicht so. Aber ist halt so, ne? Was haben wir denn noch für Straßenmöglichkeiten gerade hier? Dann nehmen wir die, die und machen die hier hin. Gucken wir mal, der biegt auch wieder links ab. Ich glaube, es gibt auch welche, die gerade ausfahren. Ja. So, dann das andere Tool wieder an. Hier mit. Sollte man das hier auch probieren, ob das geht mit der Straße. So rum hätte ich es gerne. Dann wieder da. So läuft es, oder? Wahrscheinlich verstehen die hier aber wieder nicht, dass man da und da fahren darf, ne? Oder tun sie es diesmal. Auf jeden Fall wird der Stau hier kürzer. Sieht auf jeden Fall so aus. Hier stehen jetzt zum Glück gar keine mehr. Ja, ich meine, es fließt besser. Definitiv. Jetzt haben wir hier wieder mehr Verkehr auf der Brücke. Allerdings geht es noch. Oder? Ja, weil die rechte Spur wird wieder nicht genutzt, ey. Das verstehst du wieder nicht, ne? Das ist einfach unmöglich. Man, 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 ey. Soll die erst sagen, hier fährt man aller rechts, oder was? Jetzt darf man nur noch rechts fahren und fertig. So, jetzt verstehen die das da. Und fahren alle rechts rüber. Und da fahren sie wieder links. Hammer, oder? Hier gibt es jetzt keinen Fahrstreifenwechsel mehr. Der ist jetzt verboten. Das löst sich gerade da auf. Ich würde sagen, dass wir es hier jetzt sowieso so machen. Dann sind sie alle weg, ne? Jetzt wird einfach bis vorne gefahren und funktioniert. Jetzt fährt hier keiner mehr durch, oder wie sehe ich das? Ja, die quälen sich alle hier lang. Und da fährt keiner mehr. Ich weiß nicht, warum. Das ist wieder mal so spieltypisch, oder? Ja, doch, da ist einer gefahren. Motorradfahrer oder sowas. Jetzt gibt es doch ein paar, die da durchfahren. Ja, die Brücke ist jetzt frei. Noch mal hier anmachen. Die Brücke ist entspannt. Hier geht's. Hier müssen wir noch ein bisschen ändern. Da können wir das auch nochmal machen mit dem Tool hier. Hier gibt es nur Linkserbieger. Und hier gibt es geradeaus fahren und mehr auch nicht. Die biegen allerdings auch tatsächlich alle da ab. Und die dürfen gar nicht mehr da lang fahren. Links abbiegen. Die dürfen nur noch da ran. Weil die können ja im Kreisverkehr dann hier drehen. Ja, der hat eigentlich Vorfahrt, oder? Ist ein bisschen schwierig, ne? Okay. Hier ist entspannt. Aber hier noch nicht. Wohl es vielleicht tendenziell ein bisschen besser wird. Kann er sein. Ja, funktioniert noch, würde ich sagen. Einmal die Zahlen aufrufen. Ja. Der Bereich ist schon entspannt. Hier ist es nicht so entspannt. Aber die fahren auch alle ins Wohngebiet dann rein, ne? Und wieder raus. Ist so. Jetzt die Frage, ob es Sinn macht, hinten die Erroren ausweich zu finden noch. Also die Straße. Vielleicht macht es Sinn hier, eine Einbahnstraße rüber zu machen noch. Obwohl dann, ne, Einbahnstraße eher nicht. Wir haben ja das Problem mit dem Rausfahren noch nicht. Wir haben das Problem mit dem Reinfahren. Aber wir könnten einfach hier weiter geradeaus gerade die Straße verbinden, meine ich, ne? Wird schon Sinn machen, oder? Und da, komm schon. Diese nehmen wir. Oh, ne, wollte ich. Aber ist schon passend. Und zack. Machen wir doch, oder? Macht einen Sinn vielleicht. Hier ist jetzt alles entspannt. Kreisverkehr ist nicht entspannt, aber das ist normal vielleicht. Jetzt könnte man hier einen Weg drüber bauen, aber... Also diese Straße bringt es jetzt wirklich gerade nicht unbedingt, ne? Weil die jetzt das sind. Tendenziell würde ich jetzt diese Straße lieber so machen. Probieren wir es doch, oder? Zack, Autobahnzubringer. Ist der. Aber das, ne, das bringt es gar nicht. Kannst du vergessen, das ist ja nur ein Auslassen. Eben haben wir hier rüber zwei ausgelassen. Das macht ja noch Sinn, aber ein Auslassen macht jetzt nicht wirklich Sinn. Würde ich sagen. Machen wir ins Bunte. Macht das hier hinten was aus. Waren da welche durch? Ja, es fahren auf jeden Fall welche durch. Hinten ist es entspannt. Jetzt könnte es nur noch hier zum Meerverkehr kommen und hier. Aber diese Straße kann es auf jeden Fall aufnehmen und die eigentlich auch. Hier entspannt es sich dadurch allerdings auch. Alles ist gut. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen in den Griff gekriegt. Kann das sein? Jetzt müssen wir mal hier gucken. Hier müsste man die Straße noch ändern, oder? Äh, ne, die. Und die. Stopp mal, da sind Ampeln. Ich will keine Ampel da haben. Machen wir die Ampel weg. Nein, 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 nein. Das ausschalten. Das auswählen, das auswählen, das wegmachen. Vielleicht war es sogar schon eine geschaltete Ampel, ne? Aber, ne, das wäre, hätte er, glaube ich, anders angezeigt, oder? Weiß es nicht. Aber es fließt jetzt hier auch, oder? Einmal wieder unseren speziellen Verkehr aufrufen noch. Wird es heller? Ja, es wird heller. Ja, und hier haben wir dann das nächste Problem, ne? Hier haben wir aber eine geschaltete Ampel, oder? Ja, haben wir. Ob wir da nicht sinnigerweise auch einen Kreisverkehr rausbasteln? Müsste man mal gucken, ne? Aber wir sind schon ganz fortgeschritten in der Runde. Dieses hier ist super am Laufen, sag ich mal. Das entspannt sich. Warum hier die Bushaltestelle rot ist, weiß keiner. Aber es sind wohl viele Bushaltestelle, die hier reinfahren. Ja, drei sind es ja schon. Das ist aber alles gut. Hier hat es sich top entspannt. Also der Kreisverkehr, der hat es da richtig gebracht. Wir müssen hier nochmal dran. Da müssen wir nochmal genau überlegen, was wir da machen. Weiß ich auch noch nicht. Vielleicht machen wir da auch einen Kreisverkehr erstmal hier hin und gucken, wie es sich dann entwickelt. Obwohl hier wäre eher der Kreisverkehr vielleicht, aber ne, fußt auch nicht. Da müssen wir gucken, was da noch machbar ist. Na, vielleicht ist das ja auch da ein Problem von der Ampel. Da ist auf gar keinen Fall einer. Ist denn da nengens so eine Ampel hingekommen? Ja, mach die weg. Da und da eine Stoppstraße raus machen und alles läuft, oder? Kann ja sein. Hier ist eine geschaltete Ampel, das weiß ich wohl. Gut, dann haben wir es aber erstmal. Lassen wir auch erstmal so. Gucken, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht nimmt das Rote hier dann auch bald ab. Weil die ja dann doch mehr fahren. Aber ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht. Das müssen wir dann verfolgen. Tendenziell neige ich dazu, dass es weniger wird schon, zu sagen. Aber das muss man schauen. Ja, ich glaube, es entspannt sich da jetzt auch. Gut, okay. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, welches nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und so. Und teilt das Video auf anderen Kanälen, das andere mitkriegen, wie wir hier in unserem Berchtesgadener Land mit dem DLC Snowfall unsere Welt hier versuchen, schneefrei zu kriegen und auch stressfrei im Verkehr. So wie wir hier sehen, ist da gerade nichts stressfrei. Okay, da ist es halt so. Wahrscheinlich ist hier auch wieder eine Ampel, oder? Gucken wir noch gerade. Ne, aber da ist einer. Gut, okay, müssen wir nächstes Mal auch da gucken. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.